Herr Drinkel, wir haben ja hier einen humanoiden Roboter vor uns und das ist für uns die Gegenwart und auch die Zukunft. Was bedeutet das jetzt für Sobi? Wir haben uns ja deswegen entschieden, einen humanoiden Roboter hier auf den Stand mitzunehmen, weil wir ja gesagt haben, wir wollen einfach mal die Szene ein bisschen verändern, einfach auch mal anders auftreten. Und ich kann nach zwei Tagen sagen, das gelingt zu 100%. Und so, für die Zukunft, können Sie sich vorstellen, Sobi vielleicht sogar so einen humanoiden Roboter Pepper am Empfang zu haben? Wir haben schon die erste Idee, wie man Pepper auch so einsetzen könnte. Ich weiß nicht, ob man Kaffee machen kann, aber die Ideen spießen schon von den Kollegen, die sagen, ja, definitiv. Und da merkt, die ganze Szene diskutiert ja auch drüber, wo der Einsatz noch überall hingehen kann. Ja, plus Krankenpflege und wir haben jetzt ja auch schon dieses Nurse-Konzept, was wir selber haben. Und was ist so das Spannendste für Sie an diesem Roboter? Das Spannendste? Persönlich jetzt, so, ganz persönlich. Ich vergleiche es ein bisschen wie mit meinem Kind. Also ich habe zweigernachtige Tochter. Dieses, mal wieder diese Scheunehmen, Menschen anzusprechen. Und das merkt man ja auch hier, einfach dieses Aufzugehen, was wir Menschen oder vielleicht die Erwachsenen auch so ein bisschen verloren haben. Und das ist einfach gut, wie man sowas umsetzen kann. Und das sieht man einfach, die Leute lachen ja auch. Und vielleicht ist es ein bisschen schade, dass wieder so ein bisschen in unseren Kasten drin sind. Und dann zeigt man, dass sich da ein Roboter sowas besser kann als wir. Ja, Pepper noch wird sehr schön auf. Vielen herzlichen Dank, merci viel mal. Dankeschön. Ciao. Bis bald. 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 Bis bald.